Heute schauen wir uns verschiedene Experimente mit einem Bandgenerator, auch von dem Graphgenerator genannt, an. Ein Bandgenerator besteht zentral aus einem Gummiband, das über zwei Walzen läuft. Die obere Walze ist unter der großen Metallhaube verborgen. Die untere Walze wird von einem Motor angetrieben, sodass das Band immer rotiert. Das sich bewegende Gummiband sorgt je nach genutzter Materialkombination aus Walze und Band dafür, dass die Metallhaube positiv oder negativ aufgeladen wird. Um zu prüfen, ob die Haube bei unserem Bandgenerator positiv oder negativ aufgeladen wird, nutzen wir eine Glimmlampe. Die Glimmlampe ist an einem Ende an einer Krokodilklemme befestigt und geerdet. Du kannst die Glimmlampe auch einfach direkt in die Hand nehmen. Dann bekommst du später im Experiment aber einen kleinen Schlag. Berühren wir die Haube mit der Glimmlampe, bevor der Bandgenerator angeschaltet war, passiert natürlich nichts. Also schalten wir jetzt den Bandgenerator für kurze Zeit ein, sodass sich die Haube elektrisch auflädt. Dabei entstehen Spannungen von bis zu 200.000 Volt. Daher auch das Schild Achtung Hochspannung. Nähern wir uns jetzt langsam mit der Glimmlampe dem Bandgenerator, so beginnt diese schon in einigem Abstand immer wieder aufzublitzen. Das zeigt die sehr hohe Spannung. Dabei blitzt immer die Elektrode in der Glimmlampe, die dem Bandgenerator zugewandt ist. Die Haube des Bandgenerators ist also negativ geladen, denn eine Glimmlampe leuchtet immer auf der Seite, von der aus die Elektronen durch die Lampe fließen. Besonders gut siehst du die Effekte, wenn wir es etwas dunkler machen. Jetzt siehst du, dass die Glimmlampe kräftig orange aufblitzt. Und bei jedem Aufblitzen fließt etwas Ladung von der Metallhaube ab, bis die Metallhaube vollständig entladen ist. Nun haben wir ein Wüschel aus Papierstreifen auf die Haube des Bandgenerators gesteckt. Schalten wir den Bandgenerator nun ein, so stellen sich die Papierhaare sofort auf. Das passiert, weil sich bei der hohen Spannung entlang des Papiers Kriegströme bilden, sodass sich auch die Papieroberfläche etwas negativ auflädt. Die negativen Ladungen auf den Papieroberflächen stoßen sich gegenseitig ab und positionieren sich so, dass sie möglichst weit voneinander entfernt sind. Die Papierstreifen stehen zu Berge. Das gleiche würde auch mit langen Haaren passieren, wenn man selbst die Hände auf den Bandgenerator lädt. Nähern wir uns nun mit der Glimmlampe den Papierhaaren, so beobachten wir, dass wieder die den Papierhaaren zugewandte Seite der Glimmlampe aufleuchtet. Dabei fallen die Papierhaare nach dem Aufleuchten der Lampe meist etwas nach unten, da einige Ladungen nun von der Papieroberfläche abgeflossen und die Abstoßungskräfte daher geringer sind. Berühren wir die Haube des Bandgenerators mit der Glimmlampe, können fast alle Ladungen abfließen und die Papierhaare fallen in sich zusammen. Zum Abschluss wieder ein Experiment im Hellen. Wir platzieren ein paar leichte Aluminiumschalen oben auf der Metallhaube. Schalten wir den Bandgenerator ein, so fliegen die Aluminiumschalen nacheinander in hohen Bogen davon. Das passiert, weil sowohl die Metallhaube als auch die Aluminiumschalen negativ aufgeladen werden. Die gleichnamigen Ladungen auf Haube und Schalen stoßen sich ab und die Schalen fliegen nacheinander davon. Und weil es so schön war, das Ganze nochmal in Zeitlupe. Mehr zum Thema, weitere Erklärungen und Aufgaben gibt es wie immer auf livephysik.de und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo. Und wenn wir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Like und ein Like und ein Like und ein Like. Vielen Dank.